Ich verblute auch, während ich vor dem einen Zombie wegrenne. Ach, Kacke. Ja, das war, glaube ich, nicht so schlau, da reinzugehen von mir. Das unterschreibe ich so, die Aussage, wenn auch aus anderen Gründen. Und er auf mich bezogen. Ach, jetzt. Manu? Ja, ja, habs, 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 ist in Ordnung. Ach, fick dich doch, du dober Zombie. Oh, und ich werde gegessen. Oh, das ist natürlich tragisch. Ja. Schmeckst wenigstens gut? Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht so viele Leute gefragt. Okay. Und jetzt bin ich tot. Ach so, noch eine Runde. Vielleicht fühlen wir uns ja diesmal. Ich kann ja die ganze Zeit auf der Straße im Kreis ran. Genau. Ich habe eh schon wieder... Pass mal auf, ich werde jetzt mal einen weiblichen Charakter erstellen, dann erkennen wir uns vielleicht eher. Das ist... Ich habe bisher keinen einzigen gesehen. Das ist eine gute Idee. Ach, da hüpft jetzt schon wieder ein Zombie. Wenn ich den einen nicht loswerde, dann nehme ich mir doch einfach gleich noch einen zweiten. Ich bin hier wieder direkt bei einem Dorf gespawnt jetzt. Und da schießt auch schon wieder was. Hörst du auch was schießen? Ach, da oben laufende. Ich habe doch kaum Sound an. Ach so. Also ich bin jetzt beim Airfield, glaube ich. Okay, ich laufe mal in die Richtung einfach. Dann haben wir uns wenigstens mal gefunden, wenn wir sterben. Vielleicht. Auf mich war die Tür übrigens auch geschossen, obwohl ich gar nichts habe und auch nichts mache. Hm. Da unten sehe ich das Airfield. Das ist gut, ich sehe es auch. Welchen Teil siehst du denn? Das Ende von der Start- oder Landebahn, oder? Na, da wo dieses Funk-Ding ist, da wo im Start-Teil... Da ist dieses... Keine Ahnung! Oder liegt ein Spieler? Hier, Kellum will, dass man ihm den dick sackt. Auch das ist aber... Ist aber lieb von ihm. Ja. Ach, scheiße. Da rennt auch jemand lang. Ne, das sind Zombies. Meine Güte! Also, ich sehe jetzt die beiden, äh... Ja, wie nennt man das? Die beiden Flughallen, oder? Also, ich sehe, äh... Aber er hilft mir auch nicht, der Arsch. Aber er schießt mich auch nicht. Was ja noch viel faszinierender ist. Warum erschießt er mich nicht? Hat er eine Waffe? Ja, der hatte eine Waffe und hat mich nicht erschossen. Okay. Der hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und dann ist er ins Haus gegangen. Dann versuch doch mal zu kommunizieren mit ihm, oder so. Hm. Jetzt ist er raus. Das ist, äh... Das ist... Jommy, Jommy-Dings da im... Oh, sind hier viele Zombies. Vor allem, wie hier immer noch geschossen wird. Also, ich bin jetzt direkt auf dem Airfield. Ja, also, wenn du auf die Startbahn schaust, müsstest du mich sehen, eigentlich. Ich bin auch auf dem Airfield, aber das ist doch riesig. Oder ist das nicht das Airfield? Doch. Wenn es riesig ist, dann ja. Hast du tausend Zombies hinter dir? Ja, auch. Ich glaube, ich sehe dich. Lauf gerade aus Wörter. Siehst du mich? Läufst du auf mich zu? Ja. Ah, ich sehe dich! Ui. Nach wie vielen Minuten? Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Ahnung, aber wir haben uns. Wir haben beide keine Waffe. So, herzlich willkommen zu Let's Play Together Daisy Utis. Fragt sich bloß, wie lange? Warst du hier schon drin? Nein. Meinst du, das ist klug, wenn du da... Ja, okay. Hörst du es schießen? Achso, du hast keinen Saum. Jedenfalls wird da geschossen und ich nehme an auf uns. Ich glaube nicht. Bist du hinter mir? Ja. Gut. Hier der J-Money-UA-Dingster-Typi. Das war meiner, den ich da gesehen habe. Aha. Ne, das war es nicht. Hier war irgendwo ein Gebäude, was richtig... ...Lud mit sich gebracht hat. Ich glaube, das ist da hinten. Okay. Dann gehen wir mal da hin. Und ich glaube, wenn wir die Straße, die jetzt hinter uns ist, lang gehen, dann kommen wir zu einem von den Dörfern. Denke ich. Wollen wir erst zum Dorf und hier das Erfied verlassen? Oder? Ne, das war doch nicht das Gebäude. Da müssen die Zombies loswerden irgendwie. Naja, gut. Das kriegen wir ja, wenn wir rennen irgendwann, hoffe ich. Wo bist du? Ich laufe dir hinterher ums Haus. Okay, na, dann sag du, wohin wir wollen. Sollen wir mal die Straße hier lang? Ja, machen wir einfach mal. Los, weg hier. Ah, ich glaube, da hinten waren auch diese Baracken, wenn du diese Folge gesehen hast von mir. Mhm. Das war in die Richtung. Die waren ja echt rammelvoll mit Blut, aber bei all den Spielern hier. Ich krieg langsam Durst. Hab ich nicht? Nein, hatte ich in der letzten Aufnahme eine Pepsi. Nein. So, gehen wir mal hier rechts um den Zaun rum, oder? Okay. Sag ich mal geduckt gehen, auch wenn das überhaupt nichts hilft, haben wir heute festgestellt. Und da ist die Tür offen. Oh. Also das kann mein Kater ja noch nicht, dass der wirklich hoch springt und die Tür aufmacht. Nein, der kann es aber auch bloß von einer Seite und auch bloß lustigerweise bei dieser einen Tür, warum auch immer, aber es ist wirklich bloß diese eine Tür, die er aufmacht, obwohl die anderen ja genauso funktionieren. Kann ich ihn nicht hoch, doch. Schau mal, da viele Loot da drin. Ich bin gerade woanders. Nein, okay. Ja, ich komme. Ich folge dir unauffällig. Aber da ist ein Zombie. Oh, Dreck. Uiuiui. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Nicht da rein, da ist nichts. Ha, sag das doch. Ja, ich glaube, wir rennen jetzt mal lieber hier. Können wir da... Hier gibt es natürlich keinen Hintereingang, nein. Ach komm, das ist mir jetzt egal. Wir rennen jetzt einfach mal in das vorderste Haus rein, oder? Okay. Soll ich vielleicht in das andere rein? Hier liegt auf jeden Fall Munition, aber die Waffen fehlen. Ah, hier ist ein Revolver oder sowas. Ah, hier ist ein Revolver oder sowas. Okay. Das ist schon mal gut. Und sogar noch einer. Also wenn du auch einen brauchst. Ja, ich brauche irgendwas, was Munition mit sich bringt. Ach nee, das ist eine Uzi. Scheiße, hier sind überall Zombies. Ich muss hier raus. Okay, die halten von daher fünf, sechs Schuss aus. Toll. Ich brauche dringend was mit Munition. Ja, komm in das hintere Haus zu mir und nimm dir die Pistole. Hat die Muni? Die hat Muni, ja. Das sind drei Pack dabei. Du bist in dem zweiten von links, oder? Ich bin schon wieder raus. Ach so? Hm. Weil ich dich gar nicht sehe? Ich bin schon wieder in das Haus rein, wo du rein bist. Ach so, okay. Ja, wenn sie Panik hat, ist sie schnell. Das ist dann im vorletzten Raum liegt die Pistole. Okay. Aha. Und die machen mich hier fertig ohne Ende. Du Armer. Und jetzt blute ich. Habe ich jetzt hier eine Bandage? Oh Gott, eine noch. Immerhin. Immer diese Fehlermeldung, wenn man sich bandagieren will, gell? Hm. Ich habe schon gedacht, das liegt an meiner eigenen Blödheit. Aber scheinbar ja nicht. So. Ich komme jetzt mal rein zu dir. Hier ist... Morphin habe ich. Und Bandagen. Und hier ist auch eine Bandage und eine Pepsi. Komm mal zu mir rein. Da steht ein Zombie vor deiner Tür. Ja, ich sehe. Warte, ich versuche mal den... Bleib doch mal ruhig, Mann. Hui. So, dass du die nehmen kannst. Okay, danke. Was habe ich eigentlich auf dem Hinterkopf? Sind das Haargummis, oder? Ja, das sind Haarspangen. Ach. Haarspangen. Das ist auch das erste, woran ich bei der Zombie-Apokalypse denke, gell? Als Frau durchaus. Du weißt gar nicht, wie lästig das sein kann, wenn einem die Haare ins Gesicht hängen. Stimmt schon. Hier ist wieder nichts. Und wenn man schon sterben muss, dann wenigstens hübsch. Zumindest will man dabei was sehen, ja. Ja. So, du hast für das tolle Ding auf deinem Rücken aber keine Munition, oder? Nee, aber es sieht gut aus. Es sieht echt gut aus, ja. Da war auch nichts dabei bei diesem ganzen Magazin. Nee, 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 nee. Wollen wir jetzt noch da weiter gucken, oder wollen wir weiter rennen? Wir können... Willst du zurück ins Daufe oder wieder zum Airfield? Ich würde sagen, wir suchen erstmal uns ein bisschen Zeug, Ausrüstung. damit die auch richtig was von haben, wenn sie uns töten. Okay. Nee, man muss da Freude verbreiten. So. Ich denke, das ist jetzt auch in Zukunft mit Kami spielbar, wer da Lust hat. Genau, wieder zahlreich melden. Da freut sich die Kami. Ja, da freut sich die Kami ganz doll. Und vor allem auch Mädels mal. Ja, nee, ich habe schon ein paar, die durchaus Interesse haben. Ja, mit der einen wollte ich heute aufnehmen, aber irgendwie hat das alles nicht so funktioniert. Und deswegen haben wir das auf ein anderer Mal verschoben. Aber da freue ich mich schon sehr drauf. Das sind jetzt, ich glaube, drei oder vier... Hallo? Mädels, die da Interesse haben? Hallo? Wieso zeigst du nicht an, dass ich da hoch will? Ich will da hoch. Ja. Ich habe dich verloren. Ich kletter gerade auf diesen Hochsitz. Ach so. Hier, die Frage im Chat war auch gerade lustig. Wer ist auf dem Airfield Friendly? Fragezeichen. Ja. Hier gibt es ja so viele Friendlys. Da ist ein Spieler. Sollen wir auch mal jemanden erschießen? Ja, bitte. Der hat ja eh nichts, aber... Na, ist egal. Töte ihn. ist ja sehr viel shensin. Sie waren. Sie33 canvas them Brothers. Sie haben völlig dazu. Sie sind. Sie haben sich capability. Sie geht. Vielen Dank.